Schaffen heißt es, nicht Schatten. Hier noch so ein paar Level, äh... Okay. Du gehst vor XD. Haha, hoffel, lol. Haha, naja, okay. Weiter geht's. Machen wir jetzt hier zwei Schlachten. Und dann kommt hier ein bisschen Action rein mit Gruppenmitgliedern. Hier könnt alle schreiben, grüß, Taylor. YouTube, äh, Holo-Gespräch, ist klar. Gesprächteiling. Da erkläre ich jetzt gleich auch noch was dazu. Perflex, Minendroiden, waren stärker als ich dachte. Ich werde es nicht überlegen. Aber ich hoffe, dass jemand das hier sieht und mir die Ehre erweist. Entkommene Sklaven haben Watten aus der Akademie gestohlen. In dieses Grab geflohen haben die Minendroiden umprogrammiert. Ohne die Droiden können die Sklaven nicht leben. Ich wollte sie selbst ausschalten. Hat nicht geklappt. Zerstört genug Droiden, dann sterben die Sklaven. Niemand legt sich mit dem Sack an. Voller rumstöhnen. Ah, jetzt wollte ich gerade was erklären. Naja, kommt ein nächster, äh, hier. Ähm, ja. Weil man bekommt hier nämlich immer solche Sozialpunkte. Wenn man in einer Gruppe spielt. Aber, erst erkläre ich euch da noch. Und dann werde ich mal sagen, ich gehe weiter. Hier geht es nämlich irgendwie auch schon ab wie Schnitzel. Ah, hier ist nochmal jemand. Vielleicht geht er ja auch rein. Dann kann man ihn einladen. Ich glaube, sie fragt ihn auch gar nicht. Was ist sie eigentlich? Sie ist eine... Keine Ahnung. Auf jeden Fall einer Gilde. Ah, sie ist auch ein Syskrieger. Okay. Ah, nein, wir müssen anderer Seite. Kann man die Quest auch teilen? Oh, verdammt. Da, wo du hin musst. Weil die habe ich halt nicht hier, diese... Sys-Mathematik. Immer Mathematik. Hä? Dann bekomme ich die noch, ne? So. So. Äh, Mau-Mann. Okay, ist gut. Ich schreibe lieber nichts mehr. Sollte Mann-O-Mann heißen. So, hier stirb. Also wir sind noch nicht da drinnen, wo du denkst, dass wir drinnen sind. Also hier müssen wir gleich dann auch noch hin. Wie böse sind wir denn eigentlich jetzt schon? Hell 100, dunkel 200. Hm, nicht so prickelnd, ne? Hast du die mit dem Jedi auch schon? Nee, ich habe nur die Klassen-Quest, wo ich, ähm, 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 äh, wie heißt sie denn, äh, hier? Wo ich die Leute scannen muss, so, das muss reichen. Geht's weiter, ja? Ich bin hier am Let's Play und hab hier keine Zeit zum Palavern. Nee, das wird ja viel zu langweilig für euch hier, hier, hier vor dem Free-TV oder weißt du, geil was, hier vor heimischen Empfangsgeräten, wie Kronk immer gerne sagt. Ähm, einfach, okay, sind wir alle hier, ja. Habt euch alle angeschnallt, ähm, Popcorn geholt und Cola und, äh, hier, äh, hier auch Vollbild gemacht, ähm, vielleicht lad ich hier die Vollbild. Wir werden auch bald mal im Original hoch, äh, wenn ihr, äh, viel mehr, äh, ein bisschen mehr halt wie Full-AD. Je nachdem ihr ist, ist so, äh, meine Entscheidung. Eure Entscheidung wohl eher, würde ich sagen. Schreibt mir, was ihr wollt, wenn nicht, dann... ...mach ich das, wie ich will. Wir kriegen bestimmt auch bald einen Gefährten, den wir, äh, schlagen können und peitschen können. Wir sind hier halt, äh, SM, äh, Sith sind wir. Wir sind ja rot, wir stehen auf Blut, Massaker, massakrieren, ja. Äh, abschlachten und alles mögliche, das sind wir Meister in dem Spiel. Und, äh, ja, wir rennen hier halt mal nach, sie weiß, wo das lang geht. Sie hat schon alle abgeschlachtet, sie ist cool, Gangster. Ja, aber aufpassen, hier vorne, hier drinnen wird es jetzt schwerer, also, deswegen hab ich auch gefragt, ob wir das, äh, schaffen. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich schon? Oh, aha, nicht so viel. Äh, wenn ich zu viel laube, müsste ich das auch sagen, aber ich laube eigentlich immer sehr viel rum, hier. Grad bei dem Spiel macht so... Blue Motion, it's in the blue, in the blue, in the blue, in the blue, Stoey-Bereich. So, ich weiß, ich kann's nicht. Und hopp, in den Absturz, patsch, fast aufs Maul gelegt. Und nochmal, zack, und den rechten Bein ich auch gebrochen. So, oh, wir sind ja schon bei der roten Maschine. Äh, hä, jetzt wollte ich euch mal was cooles zeigen, aber irgendwie... Ah, ist jetzt die Erste, die paar Nächste danach werden, glaub, viel schwerer. Habe ich jetzt, glaub, irgendwas zu früh gesagt? Juhu! Okay, ich hab doch wieder nichts zu früh gesagt, bisschen einfach, zu pippig. Pam! Naja, egal. Naja, egal. Oh, komm mal, hier ist jemand vor der Tür und so. Vögel, ich hab. Stirb, du Klorschneckenkacke. Inwiegen die mir auf den Sack, diese Viecher, oder... ...euch auch? Wir stirben. Und weiter geht's. Auch mit meinem Leben geht's bald zugrunde. Naja, was soll's. Ah, genau, das ist jetzt hier der Endgegner. Also, endlich geht's mal ein bisschen ab hier, in diesem... ...Siss. In diesem... ...Schiss. Naja, okay, der weiß das so gut aus. So, Machtschrei. Und mein Vor... Boah! Machtschrei ist Machtrübsen. Und wir haben's geschafft. Wir müssen hier... ...Kredits. Das hier interessiert uns, glaub, nicht. Denn wir haben nur mittlere. Also brauchen wir diese nicht. Äh, warum, äh... Naja, scheißegal. Ähm, was müssen wir jetzt, äh, wieder hier anklicken? Ah, wir müssen die Tafel rausklauen. Okay. Diese Folge heißt wahrscheinlich dann in dem Fall wieder hier, ähm... Erste Helden-Quest. Hier. Ähm, äh, ja. Wie ich gesagt hab, das war schon die Erste. Wir haben ja... Uno, due, tre. Wir haben du, äh... Jetzt gehen wir noch hier rein. Vielleicht ist die ein bisschen, äh, hier... ...bisschen interessanter hier. Nicht die Tafel vergessen. Hab ich die Tafel jetzt? Ja, ich hab's doch genommen. Allez! Willst du barf's Maul hier? Wir sind hier rote SM-Fuzzi. Hab ich doch so gesagt. Hab's schon gesehen. Hab ich schon gemacht, ne? Äh, hier. Wir können auch hier Abkürzungen nehmen. Alle Fuzzer. Aber wir können, äh, Abkürzungen nicht nehmen. Naja, egal. Die Abkürzungen nehmen. Ah ja, wir müssen ja noch ein paar von diesen Bastarden umbastarten. Okay, wir wollen ja nicht so sein. Ich hab kein Bock hier jetzt, ähm... Ja. Das gehört sich nicht. Nein! Lacht jetzt nicht. Das gehört sich echt nicht. Ja. Nehm doch mal ein Beispiel. An irgendwelche Leute. Let's Play-Room, äh, hier. Das gehört sich halt nicht. Wir wollen ja nette Let's Players sein. Und wir wollen ja auch keinen beleidigen. Hier. Skywalker. Komm mal kurz mit. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah lala 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 lala. Ich hab... Ich weiß genau, was hier vorhat. Wisst ihr's? Das gleiche wie ich. Wir müssen hier einfach diese Leute killen. Ich weiß, ich kann's noch ohne die. Ich kann's noch ganz alleine. So, Level 8. Hey, das ist ja unmöglich. Beim anderen wär ich noch nicht so weit. Ey, unmöglich. Ah. Da ist noch eine Quest. Die hab ich gar nicht gesehen. Ah, ein Datacron. Oh, Datacron ist wieder was. Da findet man ein paar auf verschiedenen Planeten immer. Da. Dies Explore ist noch immer aktiv. Benutzt es, um roten Matrix-Pristall-Pilter zu erhalten. Und da kriegt man halt Stärke mehr, Ausdauer mehr. Je nachdem. Also ihr könnt's auch googlen. Hier zum Beispiel. Da galaktische Geschichte. Da ist wieder was zum Lesen. Das ist ein Datacron. Äh, wie viel haben wir jetzt bekommen? Achso. Datacron. Aha, ich checkt. Äh, sie kriegt man Stärke und Ausdauer auf den... Also wenn man hier wirklich alle dann am Schluss mal gesammelt hat. It's fine. Aber du weißt, sie sind die schwer zu erhalten. Du weißt, liegen die nicht einfach so hier auf irgendwo... ...am Chlorum oder so. Wir sind ganz weit irgendwo oben. Da kommst du ohne Hilfe eigentlich kaum dahin, ne? Seit man ist jetzt so... ...keine Ahnung, irgendwie... ...einer, wo um die Ecken gucken kann oder so. Wie ich sie gesagt hat, das... ...hab ich doch auch gesagt, die hat ein Stiffiger. Cool. Na ja, okay. Ich hoffe, das stört sie nicht, dass sie hier auf YouTube ist. Aber ihr wisst ja gar nicht, auf welchen Server ich bin. Also von dem her. Ich wüsste es auch nicht, wie ihr das sehen könnt. Doch, vielleicht schon, weil ich ja vorhin hier gedrückt habe. Äh, wer? Naja, was soll's?